Wie sieht's aus? Ja was denn? Oh. Was denn? Was ist denn, ey? Heul doch nicht direkt wieder! Bist du bereit? Hast du Bewaffnung gewählt? Ja! Hast du Soldaten gewählt? Ich kann nix alles. Ich bin ja die Dorfstute, die geknallt wieder in der Pause. Ja, dann komm, dann drücken wir jetzt die Aufnahmetaste oder was? Ja, die läuft ja schon! Ach so, dann will ich dir bei mir doch nicht. Somit willkommen bei... Wenn die Trichter mal gedrückt hat. Was hast du gedrückt? Schon lang. Ach so, okay, ja... Willkommen, wenn die Trichter mal gedrückt hat. Hehehe! Bye, bye, bye! Snap mal nicht zu viel Kampagne! Ich weiß nicht welche Kampagne dann ist, das ist die erste auf normal. Hallöchen. Ach ja, mit dem die Trichter bei der Wenigkeit. Auf der Mission Insel Sancelini oder auch immer, wie auch immer. So. Ja. So, können wir starten. Bist du bereit? Ja, leise, Tricht. Ja, wir können. Halt! 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 Hallo, kann man mich doch hier hören? Halt! 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 Das stimmt doch, ne? War das so, dass das, wenn man in den Büsche war, dass man dann getarnt ist, ne? Ja. Also, weiß ich, wie es... Ja, ja. Schon noch. Ja. Ist mir jetzt hier Ziel. Das ist schon wieder eine Weile her. Das Ziel müsste uns eigentlich da oben irgendwo angezeigt werden. Wir müssten hier irgendwelche Kameras oder so zerstören. Kameras zerstören? Ja. Im zweiten Weltkriegszeug. Ja. Okay. Oh shit, jetzt ist der weg. Jetzt macht der Alarm. Ja. Kann er doch. Der kann nicht. Hier wird mir auf jeden Fall nix angezeigt, gerade. Also, ich habe keine Symbole über irgendwelche Gebäude. Ja. Also, nur die roten, ne? Ja, ich glaube, du siehst das nur auf der Karte, Schnugel. Auf der Karte sieht man auch gar nix. Klar siehst du auf der Karte die Karte. Ja, aber ich sehe da sonst nix mehr außer die Karte. Ja, aber auf der Karte siehst du die Karte. Also, weißt du, was du tun musst? Die Karte cut in die Ende, ey. Ja, die Karte cut in die Ende. Mit Echo, Echo. Alles klar. Was ist denn klar? Der ist klar. Von Klarner. Hier labert aber ja. Ja, ich habe es auch gehört. Hm. Wir spielen jetzt auch nur auf normal, dass es nicht zu anspruchsvoll für uns Club Hoden ist. Richtig. Dann wird es ja ein endloses Let's Play. Ja. Wie meinten wir nur die Ersten, die richtiges Hausverbot kriegen würden bei YouTube, ey? Ja. Boah, da hat der jetzt immer wieder nen Helm weggeschossen gekriegt, ey. Ja. Pistolen-Skills. Da kommt da ein Motorrad oder was? Ach nee, das sind die Bomber, äh, Flugzeuge. Und wenn das Symbol oben ist da, dann kannst du ja schießen, ohne hier zu wehren. Ja, das weiß ich noch von den letzten Teilen. Okay. Wo wir da diese Dieselgeneratoren hatten da ständig und sowas. What the fuck, hab ich mich erschrocken. Zieht euch mal meinen Schuss rein, ey. Perfekt wie Photoshop, ey. Spacko. Von rechts kommen welche? Ja, ja toll. Rechts, ja. Wo ist denn der Hoden? Ach, da ist er. Wo bist du eigentlich? Ach doch, du bist der gelbe, die gelben Pfeil rumkommt. Naja, ja. Ja, genau. Und auf der Karte blau, okay. Die roten, das sind Smarties. Was, die roten sind Smarties? Genau, die kann man essen. Ja. Da kommt jetzt gerne noch einer bei dir. Wo ist der? Ach, da hinten. Da, wo der andere war. Ach so. Oh oh. Wer hat mich wo gesehen, ey? Ach, direkt vor mir. Okay, ich würde sagen, die Tarnung ist aufgeflogen. Ja. Aber nur dezent. Aber jetzt nicht wieder sterben, Dietrich. Nein, ich sterbe doch ja nicht. Ich erinnere dich ja nur an gestern. Müsste ich hier direkt noch ein Replay einblenden direkt. Och, wenn ich, wenn ich zwar gerade scheiße spiele und jeder dritte Kugel daneben geht, aber sterben tue ich noch nicht. Ja, vorm Kugel, ey. Du bist doch ein Pirat, ey. Weißt du? Wieso? Weil es Patrone ist. Junge. Ist ne Momi. Wie beim Billiard. Die Fahrzeuge müssen wir jetzt hier nicht zerstören, ne? Nee. Oh, schade. Da guck dir mal wieder meinen Schuss an, ey. Boah, schöne Dinge, ey. Alter, detailliert haben wir auch gemacht mit dem Helm. Selbst das Innenleben von dem Helm ist da da eingearbeitet, ey. Ja. Na, fuck. Ja, bis jetzt. Zeit, schnell. Ja, da hilft doch kein Doppelherz mehr zu nehmen. Wegwarpumpen-Doppelherz ist da nicht mehr angebracht. Wegwarpumpen? Richtig. Was hat Wegwarpumpen damit zu tun? Er bringt das Herz in minzige Schwingungen. Ah. Ja, genau, Dietrich. Ist halt wieder Tag der sonderbar geilen Witz, oder was? Ja, einer muss das da hier machen, ey. Mhm. So, wo sind sie? Wo müssen wir hin? Und warum? Ich weiß es nicht. Ich halte dir die ganze Zeit immer in den Rücken vor. Ja, toll. Du bist ja... Ja, tolle Hilfs. Da oben ist einer, ey. Kriege ich den? Na, natürlich nicht, ey. Voll daneben geschossen, ey. Ich weiß nicht, wo wir hier müssen, weil mir wird hier nichts angezeigt, auf der gesamten Karte. Wir müssen erstmal hier links oben zu der roten Villa da, links so, über die Brücke rüber. Ja, dann warte mal auf mich da, weil du spielst ja schon wie ein Singleplayer hier alleine. Ja, was kann ich dafür, wenn du... Ja, weil da oben ein Nest ist und ich kriege den nicht getroffen, obwohl ich den noch nicht treffen musste wahrscheinlich jetzt noch gar nicht. Aber dann lasse ich den halt in Ruhe, dann komme ich jetzt dann zu dir. Ja, wer tot ist, ist tot. Ja, der ist ja nicht tot. Ja, warum nicht? Pah! 152 Meter, Weitschuss. Sehr schön. Ja. Dietrich, fällt wieder. Nur minimal. Oh, schöner Ding. Danke. Oh, danke. Nur aber mit Lufthatten halten, also nicht Ruhe, sowas handeln. Hm, der muss ja nicht. Au. Wo ist denn der? Was da auf mich ballert, der Spacko. Ach, da hinten. Hm. Ha. Rundschiss. Fortpflanzung, ade. Das war's. Schön durch die Brüstung durch. Herrlich. Ach, kennst du nicht sch... Das reicht's aber. Ja, ich halt mal, ich erschieß gerade ein paar Heels, die von hinten flakieren wollten da gerade. Hm. Kann ja nicht sein, dass hier mein Dietrich hier von hinten genommen wird, ey. Oh, shit. Das ist noch viel Action, oder wat? Ne, 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 immer nur so ein Nachzügler. Wo ist denn der da oben? Ach, da? Ah. Ist ja noch so inner. Hä, wer ist denn da? Ja, wer sieht mich denn? Ja, wer sieht mich denn? Hä? Ich seh dich. Nicht. Au. Hä? Was treibst du denn? Ja, ich erschieß Mensch. Achso. Warum machst du denn das? Ja, weil du rennst ja da vorne rum und ich halte den Rücken frei, weil die kommen alle von hinten hin. Achso. Also nicht alle, aber einige, ein paar. Also zwei. Ja, weil, jetzt wurde ich schon wieder gesehen. Von wo? Wo? Wo ist denn der Huhn? Kriegst du aber auch dieses Geräusche, als man entdeckt wurde? Ja. Okay. Er will aber ständig entdeckt werden. Au. Ach da, ich hab ich sehen. Ich sieg jetzt echt noch ein Verband benutzen. Der steht aber wieder auf. Ach stimmt, man konnte ja auch Ziele markieren. Äh, wie war denn das denn mit dem Fernglas, ne? Oder irgendwie? Äh, ich glaub schon, ja. Na, wie hast du denn das gemacht? Äh, bin durchs Visier geguckt hier, durch, äh, vor der Sniper. Okay. Den hab ich ja vorher, den hab ich ja, konnte ich ja vorher richtig sehen. Ah. Oh, von da drüben ballert auch noch irgendein Arsch. So. Hab mich wieder angesehen. Weht hier. Ja, wo ist er hin? Er sieht schon echt hübsch aus hier. Ja. Hm. Ah, wie mit der Schrocke, ne? Hey. Schädlingsbekämpfung. Töte Nazi-Offiziere, egal wie. Aha. Wichtig ist, ey. Alter. Das hat jetzt schon gewummst, ey. Kettenreaktion. Ach, da ist er ja. Hey. Der Reh kommt auch mal an. Also die. Alter. Fall um da jetzt, ey. Boah. Alter. Ja, wir sind doch wieder viel zu Rambo-mäßig, ey. Ja, ja. Ja, wie er sich immer die Premium-Schüsse einheims-weißen, weil er sich zwei Meter davor stellte. Genau. Ich mache die 600 Meter-Kilze. Nein. Du bist tot. Nein. Warten Sie, eine Munition? Hm. Ist ja so. Ich war auch gerade schon plündern. Kommt doch her, ihr Rohn. Hä? Komm, komm. Wo ist hier? Wo ist hier? Wie schlägt denn der noch aus? Was hast du da gerade gesprungen? Ups. Ach, das bist du. Au. Ach, das bist du, ey. Pff. Ja, ich dachte, ich flanke die mal von vorne, von der anderen Seite. Hä, wer kann uns denn bitte schon da sehen? Der General. Von Riefenstahl. Ja. Riefenstahl. Komm, Riek. Wir haben einen Job zu erledigen. Ja, was denn für ein? Ja, wir müssen erstmal hier hoch. Oh, da steht wieder ein Auto, ey. Lol. Braucht ich erstmal fünf Schuss, bis ich den treffe. Okay. Alter, wir sind bei 18 Minuten 33, ja. Und ich habe schon 24 Gigabyte Aufnahme. Ja, aber was machst du denn so weit? Wir brauchen noch irgendwas. Was ist denn da unten der Stern? Ja, dann sage ich jetzt hier in dem Video nicht, was da für ein Stern ist. Oh, schmackig. Ja, was? Passt du zu der zweite? Hm. Da kommen wir übrigens Gegner. Ja, aber ich habe ja endlich mal wieder was zu tun, ey. Ja. Wollen wir sterben? Ja, ich heiße ja nicht Dietrich, ey. Ist er noch da? Du Hurensohn, sag da. Du Hurensohn, sag da. Der wieder hier halb in der Ecke liegt, ey. Ja. Kann ja mal passieren. Munition wäre ja mal nicht schlecht. Ja, musst du sammeln, du Gambler. Na, und jetzt? Ah. So, jetzt müssen wir zum Tresor. Ja. Komm, Schnitzel. Ja, mein Porrisch, denke ich hin. Wieso ist der Tresor da oben, ey? Ja. Wieso gehst du jetzt hier da hin, ey? Hier ist nix. Wir müssen nach oben, Ben. Ja, lass dich doch mal da durch. Ja, nun geh doch mal. Warum hast du so ein Cybergewehr, ey? In gelb. Machst du dann auf BVB-Fan in Italien oder was? Das ist nicht gelb, das ist Gold. Wow, man sieht aus wie Pissgelb, ey. Ja, ist sie auch. So drangeht Gifst, ist gelb. Ja. Hier ist kein Tresor. Ach da. Oh, oh. Wir kriegen schon wieder Besuch. Wo kommen die dann immer alle her, hier? Ja, weiß ich nicht, ey. Wahrscheinlich aus dem Osten, ey. Ach, komm, komm! So, jetzt können wir ja runtergehen. Und jetzt müssen wir dann weiter in die andere Richtung, da hinten. Ja, aber ich sollte einen anderen Weg gehen, weil bis jetzt habe ich überlebt, ohne einen Kratser zu nehmen. Kann ich dafür, dass du nicht so brachial an die Sache ran gehst? Ja, wo hat mein Gesinn gestern, ey? Ja. Oh, die Klappe. Die gleiche Idee hatte ich auch gerade. Ich muss das tun, ey. Ich knall doch so gerne rum. Ja, ja, ja. Schon klar. Dass du gerne knallst. Ja. Oh, da sind gegnerifizierte Gegner. Das sehe ich alles gar nicht, ey. Warte mal, mussten wir hier nicht ruhig rin? Kommt mir so bekannt vor. Oh, was war doch hier? Hier sind wir schon alle tot, weil ich die alle hier erschossen habe. Hm. Ach da, wahrscheinlich da, wo der Finger ganz groß angezeigt wird. Ach ne. Was für ein Finger, ey. Du siehst Dinge, ey. Ich sehe da nur Gegner durch die Mauer durch. So, dann müssen wir da weiter nach oben hin. Da, wo da weiter da oben hin ist. Wer findet, darf zerstören. Ja, ja, komm. Schnitzel. Alter, jetzt bin ich... Boah. Also mit dir ein Stealth-Spiel spielen ist ja genauso unmöglich. Du weißt, der mit dem Ghillie-Suit mitten auf einer Backstein-Straße rumrennt, weißt du, und Rundkrach macht die ganze Zeit, ey. Ja. Ja. Stimmt. Warum, jetzt hättet ihr mir keinen Schalldampf oder? Wird noch keinen drauf. Jetzt renn doch nicht wieder... Siehst du das? Nein, jetzt bist du wieder da hinten und... ...kackst wieder ab. What denn? Ja, ja. BTF. Bäh. Erschrocken. In der VD ist noch einer. Rechts. Wie geil. Dietrich, du musst auch zielen, ne? Jeder Schuss muss sitzen. Wir haben nicht mehr viel. Am Munition. Kapp schon in den Sitzen. Alles gut. Genau, renn mal wieder in die Base rein. Mach mal hier auf Splinter Cell Blue Liste. What? Splinter Cell? In die Base reinrennen? Wer macht denn sowas? Ja, du. Ja, genau. Toll, du Excel schießen geht nicht. Wo ist das, fängt das auf F oder was? Ach nee, ist verbinden. Scheiße, nicht verbinden. Ah, fick dich. Leiche durchsucht. Ja, dann mach's am liebsten, ne? So leicht flattern, ne? Da. Ne Kamera zerstört. Sämtliche Kameras zerstört. Hier, bitteschön, Rie. Ja, ich hab da so viele zerstörte, aber. Brachiale. Ja, ich ja scheinbar. Ja, weil du schon vorher let's playt hast. Weil du keinen Bock hast, mir die ganze Kampagne zu spielen, ne? Ja, ich hab die Mission schon halb fertig gemacht. Dafür musste ich auch noch dafür ganz schön viel machen, jetzt hier. Ja, dafür, dass du so kacke bist. Ja, wieso ich? Du anscheinend, ey. Bist du, wenn du Stealth irgendwo hergerannt hast und hast die Kamera so kaputt gemacht, ey? Ohne dich entgegner zu stellen. Kapitalistensaue. Ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Weil mir wird die ganze Zeit nie was angezeigt. Da ist noch ein Gegner. Da ist ein Gegner. Boah, schnell hin, ey. Den will ich haben. Ich hab, ich will den haben. Ich will den haben. Ich will den haben. Ich will den haben. Boah, da oben ist noch so ein Adler, glaube ich. Oh, ich mag Adler. Jetzt war der Adler. Hast du mir geklaut? Hast du gehört? Ich komm aus Österreich. Ist mir doch scheißegal. Ich komm aus Österreich. Ist mir doch scheißegal? Ja, hat er gesagt, ey. Ja, mit dir kann man ja kein Stealth spielen, ne? Aber mit dir, oder was? Ja. Ich hab immer gecroucht. Ja, halt doch mal still, jung. Alter. Hm, durchstücke der Ärmel. Krieg ist doch gar nicht so lustig, ey. Weil man nicht direkt mittendrin ist. Krieg ist doch gar nicht so unlustig. Ja. Macht doch Spaß von dir drüben. Ich hab wieder was dazugelernt. Hm, sämtliche Ziele sind tot. Na bitte, geht doch. Ach, können wir jetzt hier unten an den Hafen hoch abhauen? Warte mal. Was explodiert da immer noch? Ja, echt? Was soll denn da explodieren, ey? Die werden von irgendwo gesehen. Ja, von dem da. Will er mich verarschen? Ach, ist doch schon tot. Da ist aber noch einer gewesen. Mehrere sogar. Da sind noch mehrere, oder? Ey, renn doch nicht da hin. Ich denke, du bist ein Scharfschütze. Ja, bin ich ja auch. Bist du wohl ein Low-Schütze? Ja, auch. Vor allen Dingen Low-Bopp-Schütze. Low-Fraggle bist du, ey. So eine Amsterdam-Melkmaschine, ey. Was? Ach, egal. Da vor dir ist er. Ja, nach Tod. Zack. Boah, Munition, danke. Ja. Toll. Aber nicht für die Waffe. Genau, Dietrich rennt davon wieder weiter, anstatt uns hier gegenseitig erfreuen und zusammen befriedigen. Was, du willst dich zusammen mit mir befriedigen? Ja. Schon ein bisschen abartig, Kollege. Ich bin eine Frau, ey. Das zauert aber stimmlich nicht so ganz hin, ne? Ja, da muss ich jetzt halt anders rennen. Mhm. Okay. Oder Max, sehr rau. Oh, ja. Du bist die Augen beharte, beharte. Ja, richtig. Guck dir mal meinen Schuh so. Au. Ja, das dürfte eine Sub-Rent-Tablette nicht wegkriegen, ey. Nee. Ich weiß gar nicht, von wo die Gegner kommen. Ich schieße einfach mal in die Richtung. Das ist aber mal gut hier mit dir. Ich glaube, ich bin so inkontinent, ja? Ja. Immer feste Druf, alter. Imer feste Druf. Sorry, irgendwie müssen wir ja entweder hier runter, oder... Ja, keine Ahnung, ey. Du bist ja Mitglied, ey. Dann zeig dir mal, wo es hier mit deiner Route weitergeht, ey. Mann, unsichtbare Wände. Man kann natürlich bei einem Zaun springen. Oh, halt. Alter, lass dich mal durch den Kopf gehen, Junge. Ja. Au. Du bist beschossen. Alter, von da. Oh, WTF. WTF. Dittrich, jetzt nicht sterben. Junge, ehrlich. Hab ich nicht vor. Warum steht denn der nicht? Ich weiß nicht, wo ist denn der? Ich blute. Dann heil dich. Du kriegst ein Pflasterkön. Äh, du musst mich aufheben. Ja, du musst doch noch sagen, dass... Ich sag, ich blute. Nee, ich blute, wow. Äh, 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 äh. Ich blute heißt, du brauchst ein Pflaster, aber nicht, dass du fast sterben tust, ey. Da war aber. Versteckt er sich da im Gebüsch? So ein Hoden. Ich bin nur mal zurückgegangen, weil ich hatte nur noch einen Millimeter an Leben. Da bringt ja nichts, wenn ich da mitten in einem Feuer stehe, da. Ach, ich mein nicht. Spackerino, ey. Steht der in dem Busch, meint er. Oh, der Busch ist blutig. Wie realistisch. Nächster, wenn du sagst, sag nicht, du blutest, ey. So ein bisschen Aua ist doch scheißegal. Ich muss sagen, du liegst am Boden, du Nappel. Ich lag am Boden. Ja, sagst du mir jetzt, du Wurstbrot. Nein, Toastbrot. Wenn schon, dann schon. So viel Zeit muss sein. So, ich glaube, wir müssen jetzt nur noch zur Flagge. Ich brauche jetzt erstmal Munition. Dann können wir zur Flagge. Ja, die Mission ist gleich vorbei. Ich brauche jetzt Munition. Ja, jetzt spiele ich in den Krieg mal mit, ey. Und Dietrich, guck mal, Antimate. Rente mal alleine. Ja, wenn du nicht aus dem Popo kommst. Ja, ich bin eine Frau. Ich kann nicht zwei Meter laufen, Schritte machen. Ich habe einen Schlitz in der Mitte, nicht so wie du, ey. So ein Bimmelbommel. Na, wie groß ist. Das ist ja eh nicht irgendwie im Waschen. Glaub ich sogar. Mach die Sau alleine ab, ey. Ja, ja. So scheiße, wie du bist. Fortschritt zur Perfektion. Aha. Ja, 86%. Ja, Dietrich, ne? Hättest du mich mitgenommen, wäre es 100 gewesen wahrscheinlich, ey. Nee. Ja. Nee. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Würstchen, ey. Bis zum nächsten Mal. Tschakala, ey. Tschüss. Tschüss. Und danke. Und so. Genau. Und danke und so. Boah, benehmer, der Dietrich heute. Ach, heute ist Donnerstag. Ich verstehe. Ich musste mal schnell Feierabend machen, weil mein Schatzi mich in der Zeit schon viermal... Ja, und dann wende ich jetzt erst mal die Aufnahme erst mal. Tschüss dann.